so dollar ja weiter geht's weiter geht es nur noch die richtigen sachen hier finden häckchen setzen häckchen setzen ach siehste geht sogar jetzt vollbild die technik gehorcht uns das ist doch wunderbar so ich habe ja schon mal das szenario geladen durango durango jetzt bräuchten wir so ein bisschen besser dass sie vielleicht wird im chat mal ein bisschen westermusik machen wir haben nämlich das teil vor uns hier und wenn jetzt auf jeden fall mal den berg runter donnern ich denke mit wahnsinnigen geschwindigkeiten wird das hier abgehen ich muss ja auch kurz ein fenster schließen und dampf 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 mit f3 dampf mit f3 mit dem hat ja 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 das ist das kannst du das einzige dann hier mit voraus ja ja in einer voraus wird dann kann er die fahre vorne das ist unsere führerstand ansicht wow incredible detail mein gott das ist unser führerstand das ist unser fahrzeug was voraus fährt er sozusagen sein kollege sein kleiner kollege der steht da so doof weil das nur museumsstrecke ist hier der ist nur ausgestellt auf schien da stehen auch hier ganz fiese schilder das ließ das doof ist total beschränkt ja so wir werden jetzt auf jeden fall mal auf die 15 meilen beschleunigen die hier so gehen ja vielleicht mal so eine anregung für wehrsystem überfall auf dem post zu viel hat so was soll das wäre toll wir schalten aber hier wir sind auf jeden fall ein bisschen schnell ja schiebe ihn noch weiter schiebe ihn noch an vorne bist du gleich drauf ne der fährt schneller wenn du schnell fährst ne der ist so unsichtbar ist ein ding dazu kommt man eigentlich wieder auf die normale die außenansicht willst du wieder haben das auf der lok bist ja das ist doch mal als ob du so ein waggon durch schaltet unglaublichen fünf meilen pro stunde jetzt gleich steht da steht da wieder steht da wieder aber wir können noch mal dass die ecke umgeschaltet die ecke umgeschaltet oder geht das automatisch was der ecke umgeschaltet um die ecke umgeschaltet natürlich habe ich die umgeschaltet du bist so ist ja wohl sie ist also wir fahren mit ranger heute und ein bisschen zu schnell 8,8 eui 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 heilt euch fest durango hier stromschina ersatzschina ja ja die ist zum anti anti entgleisigen dass die anti entgleisiger hier auf der andere seite gebaut in der kurve oder ich weiß es nicht zeigt sie doch mal ein bisschen besser von der seite Ja, die ist auf jeden Fall lockt. Oder gleich, wenn wir da ein bisschen mehr sehen. Wenn wir da ein bisschen freie Sicht haben. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Bis fünf ist ja noch. Oh, ja. Hat die auch ein Makrofon? Ich mag ja ein Makrofon. Guck dir das an. Die hat richtig schön. Aber das Schönste ist ja eigentlich hier diese Bergansicht. Kriegt man die mal hier so. Kann man mal hier so ein bisschen ins Flustal gucken. Ich dachte schon, wir wären langsam gefahren bei unserem letzten mit der Bergstrecke. Nein. Wir wollen natürlich hier auch mal grundfällige Geschwister. Guck dir das an. Und das ist so schön. Willkommen beim Livestream bei Red Dead Redemption. Genau, das erinnert mich immer daran eigentlich. Ja genau, das ist nämlich in den USA. Aber da konnte man Leute auf die Schienen legen, warten bis der Zugang. Und dann gab es ein Achievement. Ein verstecktes. Das ist aber auch fies. Er hat auf jeden Fall hier ein sehr schönes Trieb geschickt. Auch die Gewichte, die Gegengewichte da. Können wir mal eine kleine Studie machen. Die sieht so ähnlich aus wie die Lockball zurück in der Zukunft Teil 3. Ja, so ähnlich. Ja genau. Die dann nachher umbaut. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Schienen. Können wir eigentlich auch mal in den Abgrund stürzen. Ein bisschen schneller können wir auf jeden Fall fahren. Ich weiß nicht genau. Wir fahren mal einfach 10. So doppelte Geschwindigkeit. Wird schon schief. Die Indianer fallen auch hier meistens so vom Berg runter. Die springen auf. Die springen auf bei dem Tempo. Ach Amerika. Ach wie schön. Ja die 80er, das waren noch die tollsten Jahre. Bei Dampflok geht es ja auch nicht um Schnelligkeit, sondern um Schönheit. Oder nicht? Na ja. Haben wir nicht irgendwie noch einen Highspeed-Test vor? Ach ja, stimmt. Wir haben Dampflok. Ich muss mal auf den inoffiziellen Sendeplan schauen. Inoffiziell. Inoffiziell. Zwei Stichwürde. Dominion of Canada. Plain Canada. Könnt ihr jetzt mal raten, was das wird. Ja, wir haben mal schauen. Vielleicht gibt es heute noch ein bisschen mehr Dampf und Qualm als beim letzten Mal. Strom ist auch völlig überbewertet und erneuerbare Energie. Ja. Das ist... Ach, ach. Fehlt eigentlich noch so eine Atomkraft-Lock, aber das Thema hatten wir ja... Die Fukushima-Lock. Es gab ja mal Experimente mit reaktorgetriebenen Flugzeugen. Die waren bloß scheiße schwer, dass es sich nicht gelohnt hat. Kann man ja eigentlich wieder... Ach, kann man ja. Ich kletter mal wieder. Wir sind hier jetzt die... Posträuber. Die Posträuber. Und wenn jetzt hier die... Davor steht der Rock, den erschießen wir jetzt. Wann oder wir schießen nicht? Schnell! Pump ganz raus. Das verraten wir nicht, wann wir da sind, weil dann kommt ihr erst dann wieder in den Stream. Da müsst ihr schon dranbleiben und schauen. Vor allem jetzt hier auch mit unglaublicher Geschwindigkeit. Wir schaffen das. Das ist dreifache vom Erlauben. Wir haben ja auch fast aus der Kurve geflogen. Aber ich sag mal, das ist eine Museumsstrecke. So lang, glaube ich, ist die auch gar nicht, oder? Ach, genießt ihr die Stille? Genießt ihr die Stille? Kein Makrofon zerreißt die Luft. Und auch keine Oberleitung, ne? Makrofone, schweigen. Ist auch gut so. Makrofone werden völlig über... Da schleicht es sich ran von hinten links. Ja, die Postkutsche kommt gleich längsseits. Obwohl die Eisenbahn ja die Postkutschen vertrieben hat. Abgelöst hat, weil die Eisenbahn trotzdem immer noch schneller war als so eine Postkutsche. Beleg mal, wie langsam die war. Und wie lang so ein schönes Pferd durchhält. Ach. Ich garantiere, diese Dampflok muss niemals tanken. Ja. Kein Wasser? Nichts, nee, nee. Die ist doch virtuell. Ja, hier Pizza und Bier. Die schönste Kombination der Welt. Aber die hat auch diese... Das Horn von... Der Begleiter fliegt bremsen. Ich glaube, der ist bei uns irgendwie magisch angeschweißt. Bisschen leise. Bisschen leise. Bisschen leise, sagt er noch. Müssen wir denn, muss du... Hier? Nee, müssen wir hier drüben, glaube ich, machen. Oh, hier. So, jetzt hier. Das habt ihr da vorne. So, jetzt geht's auf die Ohren. Na, das vorne ist irgendwie jetzt ausgefallen. Das ist wahrscheinlich wieder zu laut. Man weiß es nicht genau. Ach, ich bin da nicht drin. Das ist so blöd hier. Oh, da unten wird man schon 15 fahren. Ja, die Durango muss man einfach mal fahren. Das ist immer noch ein bisschen leise. Ja. Ja. Ich habe natürlich ein bisschen Verzögerung drin, bis ich darauf reagieren kann. Ich mache den doch noch mal ein Stückchen. Ja, das probieren wir so. So vielleicht. Ich nehme auf jeden Fall ein bisschen Kaffee. Wenn man hier einschläft, ist es schon... Ja, jetzt passiert es, dass sie lautstelle. Das gab da so einen alten Schwarz-Weiß-Film. Dann sind die mit so einem Fluss genau über diesen Fluss gefahren. Genau über diesen, an der Stelle. Ja, so ganz alter Schwarz-Weiß-Film. Unglaublich alt. Feuersteinantrieb ist ja auch gut. Ich hätte ganz gerne noch mal so eine Dampfspeicher-Lok. Kennst du die, diese Werksloks? Die irgendwie vom Heizkraftwerk so einen Kessel haben, wo Dampf reingehauen wird und dann fahren die auch ohne Heizen. Das fährt doch mal was. Wir hatten früher im Werk eine Akkulok. Die fährt bestimmt genauso schnell. Ja gut, wenn man Strom produziert, ne? Oder so? Nö, das war bei der Bahn, also. Ja, wenn man Strom genug hat. Guck dir das an, hier schön. Ja, also eine schöne Einstellung. Panoramawagen, deshalb fährt man hier auch so schön langsam und gemütlich zum Fotografieren. Sonst können die Leute es ja nicht genießen. Und das wollen wir. Aber jetzt aber. Jetzt. Vielleicht kriegen die sich auch noch, ja? Das ist halt das Spannende an dem ganzen Szenario. Ob der vordere Wagen von der Lok jetzt noch eingeholt wird, ja? Wie viel brauchte man? 55 Meilen oder so, bevor die Blitze vor der Lok kommen und der Zeitsprung eingeleitet wird? Sollen wir das mal versuchen? Ja. Hier gibt es ein paar Soundbugs auf der Strecke, ne? Eben war so die Lok weg, mal kurz. Das kann sein, ne? Ja, ja. Könnte auch sein, dass wir hier schon den Gleis sind. Nö. Guck dir das an. Dann hält sie tapfer durch. Die ist, glaube ich, auch nicht für so hohe Geschwindigkeiten gebaut worden, ne? Oh ja, die quietscht ja auch schon heftig. Bisschen abgebremst. Das Wasserkraftwerk, 4,5 Megawatt. Für 1905 ist das schon viel, oder? Alter Schwede. Pull into track, one and stop. Was will uns das sagen? Klar. Sollte man auf Gleis 1 halten? Ja. Da halte mir. Sollte man vielleicht auch nicht so reinrasen, ne? Weiß ich nicht, du fährst die ganze Zeit. Hast du schon mal gebremst? Weiß ich nicht, wie die bremst. Keine Ahnung. Doch, die bremst super. Das ist eine spitzen Bremsblock, sozusagen. Ich glaube, wir sind hier auch so ziemlich am Ende auf jeden Fall. Schon länger. Ich sowieso. Wie steht's mit dir? Wir dampfen hier noch rein. Der Gegendzug wartet schon. Der muss hier... Die haben zwei in dem Museum. Als Güterzug. Ne, ist klar. Die steht auch da nun soziierte. So sind übrigens jetzt nicht 25 kmh, das waren 25 Meilen. Wir sind ja in USA. So, ich halte mich jetzt einfach mal an. So, das war's jetzt eigentlich schon. Das war's jetzt eigentlich schon. Durango, Durango, and Silverton. Geil. So. Womit kommen wir euch noch aus dem Konzept bringen? Ja, was haben wir denn noch offen? Auch wir könnten in Amerika bleiben. Da sind so ein paar Sachen, die wir besprochen hatten. Aber... Ich mache erst mal eine halbe Stunde Pause. Ja, wir müssten gleich auch noch mal eine Essenspause machen, ne? Ja. Das wäre eigentlich gut für die Idee, die wir eben hatten. Meinst du? Das dann umzusetzen? Also das während der Essenspause. Mit dem KI, das? Was ist mit dem? AI. KI. 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 AI. Weitest das Gleiche. Hm. Was war das hier oben? 23 Minuten? Dann sollte ich das doch vielleicht noch mal fahren. Ja. Ja. IKB ist so schön. IKB. 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 Wie machst du die IKB kurz vorhin schnell? Kannst du auch? Ich kann nicht. Also ich meine, du möchtest doch bestimmen, du bist doch getrieben. Auf jeden. Wir müssen ja nur zwischendurch auch mal... Äh... Wechseln? Wechseln. Ähm... Ja, wir machen einen schnellen Wechseln. Ja. Ich lasse die dann... Vlog einfach mal... Fliesend? Flying. Flying. Ja.